Seit über 30 Jahren fahndet Scotland Yard in London nach Mr. X. Doch jetzt erreicht die Jagd eine neue Dimension. Mr. X ist gewiefter als je zuvor. Die Detektive jedoch sind auf dem neuesten Stand der Technik. Mit ihren brandneuen Fahndungstools, wie zum Beispiel Handyortung oder Zeugenbefragung, sind die Detektive Mr. X permanent dicht auf den Fersen. Da! An der Tower Bridge wurde Mr. X vor kurzem gesehen. Doch schon wieder entkommt er in letzter Sekunde. Und mit Augmented Reality wird die Jagd nach Mr. X jetzt noch aufregender. Scotland Yard Master. Die interaktive Verfolgungsjagd für zwei bis sechs Spiele ab zehn Jahren. Selbstverständlich auch als klassische Version spielbar.